Danke, liebe Miteigentümer fürs Erscheine, heute Mittag hier zur alljährlichen Eigentümer-Vollversammlung des Wohnblocks Wilhelmstraße 48, danke. Was mich echt nervt, ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Bei uns stellt jeder Dackel, gerade wie es ihm passt, sein Drahtesel in den Hausgang rein, trotz Verbotsschild. Und die Allermeisten sind so rostige Geppel mit granademäßig dreckigen Räufen. Und der Meillermeister geht mir auf den Geist, wenn im Winter der Schneematsch an den Räufen hängt und der ganze Seuch, eine Mischung aus Wasser und Salz im Hausgang umeinander fährt und sich wirklich kein einziger Mieter berufen fühlt, mal einen Putzräumer zu nehmen, die Brie zusammen zu fägen und draußen in die Kanalisation reinzukippen. Der Ball wäre etwa fünf Meter von der Haustür entfernt, dann doch ein Deckel in der Straße. Danke, liebe Mitbesitzer, bis bald. Danke. Super. Danke. Danke.